Oh, gibt das nicht weh? Hast du das gesehen? Wie heißt das immer? Ja, das ist der einzige, der Stoßzellen hat. Und die asiatischen Zellen haben Stoßzellen. Und das ist der Zit. Oh hopp, wir spritzen jetzt mal Wasser. Das ist ja richtig fein. Ja, das ist der Wasser damit. Ich muss kaum werden. Mhh, mhh. 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 Mhh.